Ich hab ne Frage, das Video wird hochgeladen, du bist ein Hurensohn, bist du ein Nuttensohn. Du kannst das Video gerne bei YouTube, gerne liken oder das zeigen, kannst du gerne zur Polizei gehen. Rede mal bitte einmal ganz kurz mit Marcel. Hallo, Blatt, Marcel. Du kannst gerne zur Polizei gehen, deine Stimme wird unverarbeitet auf YouTube gestellt und das wird sogar online gestellt auf YouTube. Nur, dass du Bescheid weißt, ich lösche das Video auch nicht. Fischko-Video. Machen wir ein Marvin-Diss, oder was? Geh zur Polizei danach. Geh zur Polizei danach. Wir machen ein Marvin-Diss, let's go. Ja, also tschüss.